Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Das TDFLP, hier euer CheatDing am Start. Ich gebe mir jetzt erstmal eine kleine Erfrischung. Und dann geht's auch gleich los. Oh, neuerst musste sein, ich war so durstig. Und jetzt? Kann ich hier irgendwie was? Ne, anscheinend nicht. Okay, wo sind wir denn erstmal stehen geblieben? Wir haben endlich dieses Behindertegebiet da geschafft in dieser Höhle. Das war nice eigentlich, das war echt Sweet Lemonade. Ähm, und da haben wir... Ja, da bin ich einfach mal in Mermode gegangen und dann... ...haben wir die Typen abrasiert. Und es war geil. Das war echt geil. Wir haben, ich glaube, auch noch das eine bekommen. Hier, diesen Schneeanzug. Diesen Warenpullover, Schneeanzug, whatever. Und... Jetzt sterben wir erstmal durch die Lawine. Äh, ich würde hier einfach nur eins sagen und zwar... ...macht Sinn. Fackt ja auch gar nicht ab, diese Lawine. Ah, da unten hätte ich ihn gemusst. Äh, ich glaube, der wäre überaus unangebracht, aber... ...hätte ich den einbehalten in meinem Körper, wäre ich explodiert. Ohne Witz. Der war aber eigentlich ganz süß, glaube ich sogar. Ich glaube, der wird einigen von euch gefallen. Ich war so durstig, ey. Ich kann es einfach nicht einhalten, es tut mir leid. Ah, ah. Hallo, Kiste. Open it. Äh, es interessiert mich nicht, ich habe diesen Bauplan bekommen. Mhm. Was brauche ich dafür? Hör mal, habe ich Stock? Ah, scheiße. Das Ding habe ich, davon muss ich eines verkaufen. Davon gönne ich mir jetzt mal schnell sieben. Sieben? Redding? Okay. Und, davon brauchen wir drei. Davon muss ich, ich muss zu einem Händler kommen und dann hole ich mir den Anhänger. Die sehen fett aus. Richtig nice aus. Ups. Oh, das Schnee geht wieder los. Oh, da habe ich auch so ein Ding bekommen. Vier brauchen wir aber, ne? Wir brauchen mehr als nur so zwei Stück. Ah, okay. Hey. Was ein Secret, Bitches. Ihr Wichser, Alter. Verpisst euch. Genau, die bleiben da unten jetzt eingesperrt. Was ist das für eine Schneise des Todes hier? Das wird beinahe die Sprache verschlagen. Das Ding ist, ich will da jetzt nicht runter, weil jetzt wieder der Schnee so hässlich fällt. Wenn ich dann wieder nichts sehe, dann greifen die mich an und füllen mich ein. Und darauf habe ich echt keinen Bock. Dann sollen die lieber hier hochkommen. Dann sehe ich das auch, wenn die hier oben sind. Und dann ist gut. So kann ich die besser töten. Boah, wie viele. Oh. Ja, ich bin so wild. Ah. Ja, ja. Aber jetzt kann ich hier oben wieder die Kiste aufmachen bestimmt. Setting on top of the world. Bing, 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 bing. Ja, aber man kriegt dasselbe immer das gut. Bei dem Bauplan haben wir auch aus dieser scheiß Kiste bekommen. Ah, getrackt, asshole. Bing, 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 bong. Bing, rauch, bong. Oh. Kleine Pflanzen aus dem All. Oh, shit. Oh, hier ist auch eine Kiste. Freunde, sag das doch. Bin ich doch dabei. Dann mache ich einmal den hier. Dann werden wir alle schön blitzig. Dann bleibt einer oben liegen. Den haben wir jetzt nicht ausgesperrt. Lebt noch einer. Ja, der Sack, Alter. Wir ist down, Alter. Get down, bitch. Get down. Get on my level, bitch. Get on my level. Bitch. Was haben wir hier für einen Blauplan bekommen? Bauplan bekommen. Ja, das habe ich gesehen. Und wir haben noch eine Bauplanung. Eisklinge. Oh, das haben wir. Davon brauchen wir eins. Und das haben wir noch nicht. Heavy. Heavy. Ich habe nicht gestorben, ne? Ich glaube. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin unentschlossen. Oh, bitte nicht. Nein, 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 nein. Du verpiss dich schön. So, ich muss kurz überlegen. Hier habe ich nichts mehr zu essen. Ich werde hier einen neuen Ring bekommen. Ne, alles nur diese Scheißteile, die ich mir bauen kann, aber... Den baue ich mir doch glatt mal. Weil der bringt acht Regeneration, Alter. Und 14 Verteidigung ohne Angriff. Von dem baue ich mir auf jeden Fall ein. Und ich will noch einen haben. Oder kann ich keinen mehr bauen? Den will ich auch gerne haben. Das kann ich kaufen, das kann ich kaufen, das kann ich kaufen. Oh, das wird zu teuer, ne? Ich will kein Gold mehr. Oh, ich will noch zwei neue Sachen. Das ist gut. Ich will nicht verpiss euch. Get on my level, bitch. Auseinandergenommen, würde ich sagen. Einfache, souverän. Auseinandergenommen, mit 200 HP. Die Jungs hatten nichts zu melden. Absolutely fucking nothing. Die Teile sind klasse. Ohne witzig, feier die. Die Teile sind... Aha. Du 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 Das war's für heute. I am scared as fuck I am scared as fuck I am scared as fuck Scheiß auf dem Wenn ich hier weiter weiter kann Okay Ich sehe jetzt was ist da Da oben ist bestimmt noch eine Kiste oder so Ganz ehrlich können wir scheiß mal auf die Kiste Wir wollen erstmal hier irgendwo abspeichern Wenn wir können Oh shit Ich habe Angst dass ich es da unten bereuen werde Ist da unten irgendwas geiles Oh ich bin so maximal verwirrt Ich weiß nicht wo ich hin muss Ah das mache ich auch nicht Wenn ich nicht weiß wo es lang geht Upsa Okay Ich glaube hier scheint der richtige Weg zu sein Boah ich dachte das wäre ein Stachel Auf einmal Disappiert das Teil einfach Just like that Ne Brezel Ich glaube es ja nicht Ich will das Level abkommen alter Ja alles 1.200 Läden Angriff Ja Fidget Mehr Sollen wir auf Fidget gehen Alter Ne Mehr Angriff Wir brauchen mehr Angriff Leute Speicher Speicherpunkt Fört mir alle ein Pium 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 Boah ist doch voll cool ey Du solltest mich doch nicht angreifen Du Sam Okay cool Boah ich weiß gar nicht Achso wir suchen Ginger Boah alter ich sterbe Boah 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 Ich will gerade noch sagen, ich scheiße auf euch alle, aber hey, ich bin, hey, mein Name ist Eiszapfen und fick dich. Och ne. Oh shit, hört die scheiße hier auch mal auf. Oh shit. Alter. Alter. Käste. Yes. Open. Blueprint für Bergsteiger aus. Du sagst, so scheiße, die werden ja immer geiler die Teile. Hab ich nicht, hab ich nicht. Kann ich kaufen, kann ich kaufen, hab ich. Ne. Fick dich. Nein. Oh nein. Hab ich da runtergefallen von einem scheiß Teil. Aha. Das ist schon mal interessant aus da oben. Speicherpünktchen. Nehmen wir. Oh, ein Händler. Good day, Sir. Ah, ja. Ja. Ähm, wir kaufen Lasagne einmal. Und das war's, glaub ich, oder? Oder können wir noch irgendwas cooles kaufen? Was über cooles? Ach, jetzt. Jetzt verkauft er uns hier Sachen, wenn wir schon mal sowas anderes geiles gefunden haben. Mhm. 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 Wie soll ich 25.000 her tun, du Sau, Alter, du Abzocker, ey? Das ist so ein richtiger Abzocker, ey. Deine Trends. Wir haben hier nicht genug Geld. Das heißt, wir nehmen die Lasagne zu uns. Oh, ich glaube, wir kommen unserem Ziel immer näher. Ich glaube, das ist die Spitze des Berges. Schau, nach vorne! Eine Stadt! All die Höhe hier? Halt! Halt! Uh, das war doch der eine. What? No. Impossible! Cassius! Cassius! What did you call me? Who are you? What are you doing in this place? Ich glaube, der muss übelhört Pippi, ey. Guck mal, wie er sich bewegt, dann da und hin und her, hin und her. Du, du, du warst tot. Nein, nein, das ist nicht möglich. Ich weiß nicht, welcher Dämon du bist, aber du wirst nicht mehr näher gehen. Böge das Ding! Deswegen ist es, ich kann die nicht blocken. Oder? Vor allem ist es ein 3, einen hätte ich ja verstanden, einen ist ein 10. Nein, ein 3 aber. Okay, kann ich bitte voll HP sein? Nein, jetzt ist hier oben der Händler, na, und bei dem Händler sage ich jetzt, ja, oh, was geht, Alter, da gibt man eine Lasagne und so, Alter, oh, vielen Dank, da gibt's der Beste und so, blablabla. Ja, ich verkaufe erst mal Shit. Ich brauche Geld. Ich verkaufe einfach alles erst mal. Ich brauche unbedingt Zeug. Ich weiß auf jeden Fall, das verkaufe ich nicht, weil ich das brauche. Das verkaufe ich nicht, das brauche ich, glaube ich, auch. Salve brauche ich nicht. Farbe brauche ich auch nicht. Oder was ist das, der Slime? Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich, glaube ich, auch nicht. Da habe ich zwei Stück, krass. Boah, Wärme brauche ich, glaube ich, auch nicht. So viele Alten, das habe ich gar nicht mehr. Okay, sorry. Kann ich verkaufen. So. So. Wir sind schon wieder, on the clock sind wir wieder richtig. Wir kaufen von Törtchen holen wir uns sechs Stück. Our transaction is awesome. Wir legen einen Ring an. Ah, wir haben die Würmer gebraucht. Scheiß auf das Amulett. Ähm, und das nächste Mal sehen wir uns wieder, wenn wir den Bossfight bestreiten. Erstmal mache ich mir hier aber oben noch eine Kiste auf. Doch nicht. Ich dachte hier oben wäre eine Kiste. Okay, da hinten ist das Dorf. Gut, dann bis zur nächsten Folge, bis zu diesem überbehinderten Bosskampf, den wir sicher gewinnen werden. Lass mal HP hochmachen. Booyah. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal, ihr seid übelgeil.